Ich freue mich sehr, heute hier mal sprechen zu dürfen. Meistens spreche ich ganz woanders als in der Stadt, in der ich als Wissenschaftler gearbeitet habe. Und ich freue mich, dass das Publikum auch unter 60 zu sein scheint. Ich erzähle aber euch ganz was anderes heute als das, was ihr glaubt. Nämlich nichts oder nur wenig über Chronobiologie. Aber viel über Pflanzen. Und dazu schauen wir uns mal die erste Folie an. Das ist ein Projekt, das wir jetzt derzeit machen. Und das heißt Freundschaft mit der Natur. Und die Zielgruppe sind Kinder, die in den letzten drei Jahren so darunter gelitten haben, dass sie nicht in die Natur durften, dass sie nicht ins Freie durften und sich völlig hinter den Handys zurückgezogen haben. Und wir möchten in Schulen Projekte machen, wo diese Kinder wieder mit der Natur in Zusammenhang kommen. Und die Geschichte hat eigentlich begonnen, 300 Kilometer oberhalb von uns im Weltraum mit dem Franz Fieböck. Der Franz Fieböck auf der linken Seite, für die, die ihn nicht mehr kennen, trägt eine Sensorjacke, die hier in Graz konstruiert worden ist. Und diese Jacke hat unsere Arbeitsgruppe gemacht. Das war das erste Wearable im Weltraum. Die erste tragbare Sensorjacke. Und die ist mit Naturfarben gefärbt. Sie ist aus Merino-Wolle und Bauernleinern, das ich am Flohmarkt in Graz gekauft habe. Und das ging dann in den Weltraum und hat zehn Jahre lang die russischen Kosmonauten begleitet, die mit dieser Jacke gemessen wurden. Und so haben wir ihre Gesundheit gemessen. Und es ist uns anhand dieser Messungen erst bewusst geworden, dass die Medizin eigentlich hauptsächlich die Krankheit misst. Und dass die Menschen eigentlich viel glücklicher wären, wenn ihre Gesundheit gemessen werden könnte. Wir sind noch auf der Suche nach einem Investor, der in den Bereich Gesundheit investieren möchte. Falls ihr jemanden wisst, sagt es weiter, wir haben eine Jacke, die kann Gesundheit messen. Nun, der zweite Schritt, der sozusagen auch in diese Richtung geht, ist das CETI-Projekt. Search for a lion life, also für Außerirdische. Hier werden Milliarden an Dollar und Euros hineingebuttert, auf der Suche nach Außerirdischen. Und es ist ganz interessant, dass wir über die Rückseite des Mondes mehr wissen, als über die Tiefsee der Erde. Und das ist etwas, was uns auch auf die Idee gebracht hat, dass wir gesagt haben, wenn man schon mit Außerirdischen kommuniziert, dann könnte man vielleicht auch mit Irdischen kommunizieren, mit denen wir bisher sehr wenig zu tun haben. Und das sind die Pflanzen. Und so haben wir angeregt auch durch Artikel in großen Wissenschaftszeitschriften, New Scientist, die radikal neuen Experimente, die zeigen, dass Pflanzen ein Bewusstsein haben. Oder hier Science Focus von BBC, wilde Ideen in der Wissenschaft, Pflanzen könnten ein Bewusstsein haben. Und so bin ich auf eine Gruppe gestoßen, die sich schon seit einigen Jahren mit der Musik der Pflanzen beschäftigt. Und wir haben dann die botanische Literatur abgesucht, ob das etwas ist, was wirklich Substanz hat. Und da hat sich herausgestellt, dass Pflanzen reagieren, zum Beispiel auf Bienen. Ganz oben links sieht man ein Experiment, das vor kurzem durchgeführt wurde. Da hat man verschiedene Pflanzen bei einer Nachtkerzen, also Nachtkerzenpflanzen, mit verschiedenen Tönen beschallt. Und es hat sich herausgestellt, dass die nur beim Ton der Biene, der Honigbiene, die Nektarproduktion sofort erhöht haben und 30 Prozent mehr Zucker im Nektar hatten. Das heißt, die Nachtkerze kann offensichtlich hören, obwohl sie keine Ohren hat. Und was ähnliches hat man bei der Kresse beobachtet, das ist hier links herunten. Wenn diese Kresse das Fressgeräusch von Raupen hört, das klingt so, dann beginnt sie sofort Abwehrstoffe gegen diese Raupe zu produzieren. Und diese Wirkstoffe werden eben durch das Geräusch spezifisch ausgelöst. Nicht, wenn man die Blätter biegt oder sonst irgendwas damit macht, sondern nur dieses Krupp, 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 das verursacht diese Wirkstofferhöhung. Erbsenwurzeln, das hat eine italienische Forscherin Monika Galliano festgestellt, die wachsen in Richtung von Wassergeräuschen. Also nochmal, was wir hören, was Pflanzen hören können. Das Geräusch von Wasser. Und jetzt kommt das Verrückteste, eine Winde aus Chile, bei der ist man draufgekommen, dass die immer die Blätter ihrer Unterlage nachmacht. Also übertragen auf unsere Verhältnisse, wenn sie auf einen Ahornbaum wächst, dann würde sie Ahornblätter machen. Wenn sie auf eine Buche wächst, macht sie Buchenblätter und auf einer Weide Weidenblätter. Jetzt haben die Wissenschaftler, 2014 ist das entdeckt worden, die Wissenschaftler haben dann große Überlegungen gemacht, könnte das sein, dass da genetische Informationen übertragen werden oder vielleicht bestimmte Stoffe, die darauf hinweisen, was für ein Baum das ist. Bis dann eine deutsche Gruppe im letzten Jahr 2022 eine Plastikpflanze als Unterlage genommen hat und die Winde hat wieder die Blätter der Plastikpflanze nachgemacht. Das heißt, diese Winde kann offensichtlich sehen, obwohl sie keine Augen hat. Und man hat dann tatsächlich Sehzellen entdeckt, also lichtempfindliche Zellen, muss man sagen, und mit Artificial Intelligence könnte man aus einem verteilten Auge, das heißt Tausenden von Einzelzellen besteht, tatsächlich solche Bilder generieren. Das können offensichtlich die Pflanzen. Dann haben Sie vielleicht schon gehört von den interessanten Experimenten, einer kanadischen Wissenschaftlerin, die die Verbindungen zwischen den Bäumen untersucht hat und die festgestellt hat, dass in einem Wald enorme Verbindungen zwischen den Bäumen bestehen, dass die älteren Bäume die jüngeren ernähren und dass es Bäume gibt, wie hier diesen am meisten verbundenen Baum, den Mutterbaum des Waldes, der praktisch mit allen Bäumen im Wald in Verbindung steht. Das geht über die Wurzeln, die Wurzeln verbinden sich direkt mit anderen Baumwurzeln und es geht auch über Pilze, Pilzfasern, Pilzhüfen, die diese Wurzeln miteinander verbinden und die sozusagen Vermittler zwischen den Bäumen spielen. Und es kommt bei diesen Experimenten und bei diesen Untersuchungen eigentlich raus, dass die Pflanzen viel mehr zusammenarbeiten, als wir das gewohnt sind. Wir lernen den Darwinismus so, dass das der Kampf aller gegen alle ist und übertragen das auf unsere Gesellschaft und in der Wirtschaft wird gesagt, wir müssen möglichst egoistisch sein, dann sind wir gut in der Wirtschaft. Tatsache ist, dass die Natur hunderte Millionen Jahre durch Kooperation überlebt hat und die frühesten Hinweise auf solche Verbindungen zwischen Pflanzen gibt es in Fossilien, die 300 Millionen Jahre alt sind. Wahrscheinlich ist die Besiedlung des Landes nur durch das Zusammenwirken von Pflanzen und von Pilzen überhaupt möglich gewesen. Nun, wir haben dann ein Experiment durchgeführt auf einer Alben, das war ein Kunstprojekt eigentlich und ja, ich lasse dir den ORF für uns sprechen, kurze Einschaltung vom Rundfunk. Es ist ein durchaus ungewöhnliches Projekt, mit dem der Lesachtaler Mediziner Georg Lexer jetzt für Aufsehen sorgt. Mit Elektroden und einem computergesteuerten Klavier lässt er Pflanzen musizieren. Leben ist Rhythmus und nicht nur Menschen haben biologische Rhythmen, sondern auch Pflanzen. Und wir haben uns hier auf der Alm einen Baum ausgesucht und haben diesen Baum verbunden mit einem Gerät, das die Schwingungen, die in dieser Pflanze drin sind, in Musik umwandelt. Und weil natürliche Instrumente am besten klingen, haben wir hier ein echtes Klavier heraufgebracht, das mit diesem Gerät angesteuert wird und diese Musik wiedergibt, so wie ein Pianist es wiedergeben würde. Und wir haben hier praktisch erreicht, dass diese Weißtanne als Pianistin für dieses Klavier arbeitet. Was uns an dem Projekt besonders gefreut hat, war, dass Kinder besonders fasziniert waren von dem Baum, der auf dem Klavier spielen kann. Und wir haben dann beschlossen, ein Projekt für Schulen und Kinder zu machen, um die Kinder wieder zurück in die Natur zu bringen und ihnen eine Heimat in der Natur zu geben. In einem ersten Schulprojekt in Piemont haben wir gesehen, dass die Kinder extrem positiv auf die Pflanzenmusik reagiert haben und eine verstaubte Pflanze aus der Ecke geholt und liebevoll geputzt haben und dann selbst für diese Pflanze musiziert haben. Wir hoffen, dass daraus ein großes Projekt wird und mit eurer Hilfe werden wir den Start in Österreich schaffen und das Projekt zum ersten Mal in einer Schule in Österreich umsetzen. Danke für eure Unterstützung. Das Experiment hat so funktioniert, dass wir hier eine Bodenelektrode hatten, von der der Strom zu dem Gerät geleitet wurde und eine Elektrode am Blatt und es ist der Stamm des Baumes, der Flüssigkeiten leitet und der diese Flüssigkeiten wie jedes lebende Wesen nicht kontinuierlich, sondern rhythmisch leitet. Und diese Rhythmen, die kann man hörbar machen und kann sie in Musik umsetzen. Und das Ganze wird dann zu einem elektromechanischen Klavier in diesem Fall geleitet, dass diese Musik der Pflanze eben in Klavierklänge umgesetzt hat. Hier hören wir es nochmal. Man sieht hier, wie so ein Baumquerschnitt ausschaut. Und was die wenigsten Menschen wissen, im Baum gibt es eigentlich nur eine ganz kleine lebende Schicht. Und zwar ist die zwischen der Rinde des Baumes und dem Holz. Und diese lebende Schicht, die erzeugt, rund um die lebende Schicht sind eben leitende Zellen, die Flüssigkeit nach oben leiten im Holz und nach unten leiten hier in der Rinde, im Bast, wie man das nennt. Und diese Flüssigkeitsleitung in der Rinde, die dreht sich im Frühjahr das einzige Mal im Jahr um, wenn nämlich die Knospen austreiben, dann geht es auf beiden Seiten nach oben. Und dieser Druck aus der Wurzel, der treibt dann die Knospen aus dem Baum, aus den Zweigen heraus. Nun, in diesem Baum, wie gesagt, ist eine einzige Schicht, die sich vermehrt. Das ist hier das sogenannte Kambium und das sondert nach innen das Holz und nach außen die Rinde ab. Und wenn man einen Baum ringelt, also die Rinde an einer Stelle entfernt, kann man ihn damit töten. Und deswegen ist es sehr wichtig, keinen Baum rundherum die Rinde abzuschälen, weil dann diese Lebenskraft des Baumes verloren geht. Nun, was wollen wir jetzt mit diesem Schulprojekt machen? Wir haben in Kärnten ein erstes Crowdfunding gestartet, das recht erfolgreich war und haben praktisch für Schulen, beginnen wir jetzt solche Projekte aufzubauen, wo in den Schulen dann eine Woche mit der Musik der Pflanzen gemacht wird, wo die Kinder auf die Pflanzen aufmerksam werden sollen, die in ihrem Umfeld sind und eine persönliche Beziehung zu den Pflanzen und eine Freundschaft mit der Natur aufbauen sollen. Die Idee ist sozusagen keine schwarze Pädagogik, wo man den Kindern Angst macht vor der Umwelt und Angst vor den Krisen, in denen sich die Umwelt angewürdig befindet, sondern eine weise Pädagogik, die Freundschaft zwischen den Kindern und den Pflanzen herstellen soll. Das Ganze wird in einzelnen Klassen gemacht, die eine eigene Pflanze bekommen. Die Kinder erforschen dann mit ihrer Neugier und im Spiel diese Pflanzenmusik und wie die Pflanze auch reagiert, wenn man verschiedene Sachen macht. Und sie bekommen jeden Tag einen neuen Forschungsauftrag, um die Reaktion der Pflanzen zu erforschen. Sie führen dann auch ein Forschungstagebuch und machen, wie gesagt, Aufgaben. Wo hält sich deine Pflanze am liebsten auf? Sie bringen ihre eigenen Pflanzen auch mit. Klingt die Musik anders, wenn du dich anders fühlst? Spielt die Pflanze anders, wenn andere Pflanzen oder Menschen in der Nähe sind? Und das soll eben zu einer aufmerksamen und forschenden Haltung gegenüber dem Pflanzenwesen führen. Ich habe selbst diese Pflanzenmusik sehr oft bei mir laufen. Und ich habe bemerkt, dass die Pflanzen zum Beispiel in der Früh und am Abend ganz anders spielen. In der Früh viel frischer und lebendiger. Am Abend wird es dann eher müde. Und die Kinder zeichnen dann diese Dinge auch in ihr Forschungstagebuch. Und wir haben da ganz interessante Erfahrungen gemacht, dass die Kinder oft nicht die Farben genommen haben, die die Pflanzen für uns sichtbar machen, sondern dass sie gelb oder rot plötzlich genommen haben. Und dass sie gesagt haben, dass sie das an der Pflanze sehen, dass die Pflanzen eben andere Farben haben, als wir üblicherweise das sehen. In einer Schlusspräsentation wird das Ganze dann nochmal zusammengefasst. Und in dem Moment soll dann der Kontakt von den Pflanzen mit der Schule und den Familien gefestigt werden. Die Kinder berichten, dass die Pflanzen wie wir sind, aber einen anderen Körper haben. Sie haben bemerkt, dass Pflanzen singen, wenn es in der Klasse harmonisch zugeht. Und dass die Pflanze antwortet, wenn man eine Frage stellt. Heute hat mir am besten gefallen, dass alle Pflanzen meine Freunde zu sein schienen, sagt die Thama mit elf Jahren. Wir und die Pflanzen haben gemeinsam Spaß und wir helfen uns gegenseitig, sagt die Monika. Und die zukünftigen Ziele sind, dass wir eben über alle Sinne die Kinder ansprechen wollen, dass wir die Kinder zur Hüter in der Biosphäre wieder erziehen wollen, aber eben nicht durch schwarze Pädagogik, nicht durch Angst, nicht durch Umweltkatastrophen, die wir ihnen ausmalen, sondern dadurch, dass sie Freundschaft und Zuwendung zur Natur bekommen. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil dieses Projektes. Die Kinder bekommen einen Musikpartner, der für sie dann jederzeit mitspielt. Sie sind nie mehr allein, auch wenn sie Einzelkinder sind, weil sie immer die Pflanze haben, die mit ihnen musizieren. Das ist die Kindergartenklasse, in der wir auch so ein Projekt gemacht haben. Da sieht man, wie fasziniert die Kinder von dem Ganzen sind. Und das hier ist der Kontakt zu dem Ganzen. Und ich habe jetzt noch etwas mitgebracht, das neueste Gerät, das wir auf diesem Gebiet entwickelt haben. Und dieses Gerät ist auch in der Lage, Noten zu schreiben. Also wenn wir jetzt gleich sehen, kann man den Ton, geht schon. Das, was jetzt spielt, ist diese Zyklame hier. Und ich versuche jetzt noch, das Bild raufzubringen. Machst du es? Das ist die Musik, die die Pflanze spielt. Und damit möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und für die faszinierten Blicke, die ich im Publikum gesehen habe. Dankeschön. Applaus 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 Applaus